Versuch mal bis Runde 40 überleben. Mal so als Ziel. Jetzt kommt die zu dir oder was? Vorne war ich da und dann kam die nicht... Ich bin tot hier. Hör auf. Also diese blöden... Ich weiß nicht, was wir machen sollen. Sie kriegte den Hals nicht voll. Egal was ich tat, es passt ihr nicht. Hatte ich zu tun, war zu wenig Zeit für sie. Hatte ich Zeit, war ich faul. Sie haben den Meckert und Geld ausgegeben. Überliegt irgendwas. Was? Man, sehe ich gut. Ehhhh. Ehhh... Ehhhh. Ehhh. Lege wieder was, ich sehe es nicht. Max Amo liegt. Der kann es auch nicht werfen. Ich hab schon alle weg Achso Na dann OHHHHH Ist dein Ernst ey Behindert Ich mach den Sprung hier drüber Und da stand Irgendwo einer der hier oben Der hat mich dann geblockt Megascheiße Wo hab ich mir der Karot Na das wird jetzt nicht mehr witzig Ne Ach Ja der ist der Karot dann spring ich Und der hält uns nicht an der Wand fest Wir haben uns ein bisschen zu weit weg von der Wand Oh nein 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 Oh nein Ach da war ein Crawler Nein Der Failer So safe Alter So So So